Ja, Unisport, ich feiere den Unisport. Ich mache gerne Unisport. Ich bin beim Unisport aktiv. Ich bin begeistert, wie viele Kurse in Unisport Jänner angeboten werden. Ich bin total begeistert von der Unisport Cup. Ich spiele dort häufig Tennis, mache manchmal auch Rallig-Tennis-Kurse mit. Es hat mir einfach Spaß gemacht und dann dachte ich irgendwann, könnte ich auch mal selbst Kursleiter werden. Und dann, vor zwei Jahren, war es auch so weit. Um Stress abzubauen, ist ja auch gut. Man macht auf jeden Fall nichts falsch und es gibt echt super Angebot, das ist bestimmt für jeden was dabei. Also wenn man auf Flexibilität steht, dann ist man hier auf jeden Fall genau richtig. Ein echt cooles Konzept. Also es ist halt echt nicht teuer, das kann sich wirklich jeder leisten. Von Woche zu Woche kann ich einfach so unterschiedlichen Kursen gehen. Deshalb ist es ein super Angebot für mich. Ob das jetzt Yoga ist, ob das Volleyball ist, Fußball, da gibt es wirklich alle Sachen dabei. Tischtennis, Basketball ist wirklich super viel. Von Ballsport bis hin zur Gymnastik und Fitness. Du kannst Workshops anbieten, du kannst Kurse anbieten, beim Festival mitwirken. Sport hält gesund, fit und hilft insbesondere in heutiger Zeit, gut durchs Leben zu kommen. Wenn wir uns leben gehen, wollen wir fragen. Nee, das war es eng, ob zweit Có doctrines Kursen mainland. Königadequäre, der Wegumuz keygeht. Das war sie unter